Mein Name ist Maximus Dezimus Meridius, Kommandeur der Truppen des Nordens, Tribun der spanischen Legion, treuer Diener des wahren Imperators Marcus Aurelius, Vater eines ermordeten Sohnes, Ehemann einer ermordeten Frau. Und ich werde mich dafür rächen, in diesem Leben oder im nächsten. Mein Lieblingsfilm, bitte sag, dass du ihn erkannt hast. Gladiator, Ridley Scott's Gladiator. Wusste, dass du mich nicht enttäuscht. Ist die Schlüsselszene. Im Kolosseum, Russell Crowe als Maximus trifft auf Kaiser Komodos. Ich muss gestehen, ich habe diese kurze Szene, diesen kurzen Dialog schon mal persönlich im Kolosseum von mir gegeben. Ist 20 Jahre her, während eines Sprachkurses. Ich denke da sehr gerne dran zurück. Und warst du damals im Original-Gladiatoren-Kostüm zu bestaunen? Ich war im Kostüm eines original deutschen Touristen. Shorts, T-Shirt. Ich habe es aber sehr gefühlt, weil, also das antike Rom, das ist für mich immer die Einstiegsdroge in die Geschichte gewesen. Also ich kannte Kaisernamen, bevor ich sehr viel andere Dinge wusste. Und Maximus, Dezimus, Meridius hat es nicht gegeben. Habe ich dann irgendwann rausgefunden. Aber Komodos, der ist nicht erfunden. Der hat vor mehr als 1800 Jahren gelebt. Etwa 170 nach Christus. Und ich freue mich sehr, denn heute reden wir nur über ihn. Ja, und es gibt auch genug zu reden, denn Komodos ist wirklich einer der farbenfroheren Charaktere unter den römischen Imperatoren und ist selbst als Gladiator in dieser Arena aufgetreten. Gladiatoren damals kamen, war ein großer Entertainer, sehr berühmt, sehr beliebt, kamen. Aber auch aus der untersten Schicht der Gesellschaft. Also ein bisschen zwielichtige Gestalten. Manchmal wie so Gangster-Rapper heute. Und der Kaiser als Gladiator, das wäre ungefähr, als wäre Bundespräsident Steinmeier beim Dschungelcamp dabei und müsste gewinnen. Würde er König werden? Aber das ist eine ganz andere Frage. Und dann kommt noch ein Aspekt dazu. Komodos Vater, der Philosophenkaiser Marc Aurel, kommt ja auch im Film vor, der gilt als einer der besten Kaiser, die das römische Reich je hatte. Und dann kommt Komodos und der gilt als einer der schlechtesten. Und dieser Kontrast, der ist sehr krass und der schlägt dann auch in seinen Bann. Ja, das ist deswegen, du beschreibst die römische Antike als Einstiegsdroge. Und das hängt damit zusammen, dass wir eben solche Familienkonstellationen immer wieder haben. Solche Dynastien, der gute Vater und der über die Strenge schlagende Sohn, der das Reich viel schlechter zurücklässt, als er es vorgefunden hat. Diese Fragen der dynastischen, der Familienbeziehung, der Familienaufstellung und was hat das mit Politik zu tun? Das lernen wir eben im alten Rom. Ja, und zu diesem Zeitpunkt, in dem wir uns da befinden, im zweiten Jahrhundert, da gilt das ganz besonders, weil da verändern sich die Verhältnisse. Das gilt so traditionell als Wendepunkt, also als Startpunkt des Untergangs des römischen Reiches. Ob das wirklich so ist, werden wir nachher noch besprechen. Aber wir werden auf jeden Fall heute lernen, was passiert, wenn der mächtigste Mann im Staat die Bodenhaftung verliert und zu einem irren Höhenflug ansetzt. Das ist etwas, was man auch ganz ohne Gladiatorenkämpfe und Kolosseum versteht. Genau, als wäre Donald Trump der Sohn von Barack Obama in der Abfolge. Erst haben wir den Philosophenkönig und dann haben wir den Showman, den ruchlosen Menschen, der zwar alle fasziniert, aber auch Abscheu erregt. Ich bin Joachim Telgenbüscher. Ich bin Nils Minkma. Und das ist, was bisher geschah von Wondery. In dieser Folge geht es um einen berüchtigten Herrscher, den Hollywood als Erzbösewicht weltweit bekannt gemacht hat, um Kaiser Commodus. Kaum jemand ist so gut auf sein Amt vorbereitet worden. Kaum jemand ist so spektakulär gescheitert. Wie kann ein Leben derart entgleisen? Welche Rolle spielt die Macht dabei? Die Erziehung? Vor allem, was bedeutet das alles für die römische Geschichte? Wir erzählen euch, wie der Sohn des Philosophen Kaisers Mark Aurel zu einem legendären Tyrannen wurde, zum Gladiator auf dem Kaiserthron. Das ist die Folge Commodus. Wir sind jetzt im zweiten Jahrhundert nach Christus und das ist für die Römer eine richtig gute Zeit. Da läuft es fantastisch, wirtschaftlich, politisch, militärisch. Das ist ein goldenes Zeitalter fast. Und das Imperium zu dieser Zeit, das reicht von Schottland bis nach Syrien. Also das gesamte Mittelmeer wird umschlossen von dem Römischen Reich. Und ganz wichtig, die Grenzen sind weitgehend sicher. Also es gibt keine großen Barbareneinfälle. Und das Römische Kaiserreich, das ist zu diesem Zeitpunkt ungefähr 200 Jahre alt. Wir erinnern uns, Kaiser Augustus, das war ja der Erste, der hat die Römische Republik abgeschafft und sich selbst zum Kaiser erheben lassen. Ja, so die großen Probleme, die dieses Reich danach hatte, die sind eigentlich gelöst. Also es ist politisch ziemlich stabil. Es hat auch länger keine schlechten Kaiser mehr gegeben. Da fallen einem ja so einige ein. Nero zum Beispiel oder Caligula. Der sein Pferd zum Konsul gemacht hat angeblich. Oder Nero, der sich ergötzt hat am brennenden Rom. Beides eher Legenden, aber sie hatten keinen guten Ruf. Genau, also diese Sachen sind eigentlich in der Vergangenheit. Es läuft, wie gesagt, sehr, sehr gut. Rom ist die unangefochtene Weltmacht, beherrscht fast die gesamte bekannte Welt. Und ja, goldenes Zeitalter. Und das liegt unter anderem an einem biologischen Zufall. Also, was ja kritisch ist in jedem, ja in jeder Monarchie, ist die Erbfolge. Also, wer wird Nachfolger, wenn ein Kaiser irgendwann stirbt? Und da ist es eben so, dass im zweiten Jahrhundert gleich mehrere Kaiser kinderlos bleiben. Würde man erstmal sagen, das ist ein Problem. Wer soll das Amt übernehmen? Aber es ist so, dass sie, weil sie keine natürlichen Erben haben, können sie sich einen geeigneten Nachfolger aus ihrem Umfeld aussuchen. Und den adoptieren sie dann und der erbt dann den Kaisertitel. Und das sind häufig besonders fähige Leute. Also, die sind besser als einfach eben der älteste Sohn. Und so gelangt auch Commodus' Vater, Marc Aurel, im Jahr 161 nach Christus an die Macht. Und wenn wir Commodus besser verstehen wollen, dann müssen wir vor allem auch erstmal Marc Aurel besser kennenlernen. Ich habe so eine leichte Neigung zum Funfact, stehe ich auch zu. Und der Adoptivvater von Marc Aurel war der Kaiser Antoninus Pius. Und der ist angeblich an einer Überdosis Alpenkäse verstorben. Das erinnert mich an Asterix bei den Schweizern. Da wird auch mal super viel Alpenkäse gegessen. Vielleicht da eine Anspielung. Also, auf jeden Fall könnte es sein, weil die Schweiz natürlich auch damals, also die heutige Schweiz, Helvetien damals natürlich auch von den Römern beherrscht wird. Also, wenn er guten Schweizer Käse essen wollte, dann hätte er den auch bekommen. Ich habe Marc Aurel auch mal getroffen. Das ist ein paar Jahre her. Es war im Sommer 2019. Und das kann jeder, jeder kann Marc Aurel treffen. Man muss nur nach Rom fahren und zwar zum Kapitolsplatz gehen. Und da thront er nämlich auf seinem Pferd, eine der bekanntesten Reiterstatuen der Weltgeschichte, der Kunstgeschichte. Und da kann man ihm ins Gesicht gucken. Ich war beeindruckt. Tolle Locken, toller Bart, tolle Pose. Mit wem würdest du ihn heute vergleichen, Marc Aurel? Oh, das ist eine schwierige Frage. Schwierige Frage. Jemand, der sehr integer wirkt, sehr charmant und fähig vor allem. Und das muss Marc Aurel auch sein, weil nämlich während seiner Regierungszeit so die ersten Probleme wieder auftauchen. Und das eine ist, eine Pandemie soll es auch früher schon gegeben haben. Die nennt man die Pest, aber es waren vermutlich die Pocken. Das hat natürlich schwere Folgen, dezimiert irgendwie die Bevölkerung. Und dann beginnt sozusagen das, was man ja auch häufig mit Rom verbindet. Die Barbaren kommen wieder und klopfen wieder an die Grenze. Diesmal an die Donaugrenze. Also so, die verläuft ja so im heutigen Österreich, Ungarn. Und wer Gladiator kennt, also den Film, der erinnert sich, es beginnt mit einer fantastischen Schlagsszene. Eigentlich eine der besten Schlagsszenen der Filmgeschichte. Und die spielt eben auch an dieser Donaufront. Und Marc Aurel, der verbringt eigentlich die meiste Zeit dann an der Front, im Feldlager. Da ist er sehr beschäftigt, aber er findet noch die Zeit, ein Buch zu schreiben. Und zwar sind das die Selbstbetrachtungen. Eine Sammlung von insgesamt 487 Sinssprüchen. Und ich habe vor dieser Aufnahme nochmal nachgeguckt. Die stehen immer noch auf den Bestsellerlisten. Hast du sie gelesen? Ja, ich habe die Selbstbetrachtungen gelesen, schon relativ früh, schon zu Schulzeiten. Und mein großes Vorbild ist ja Michel de Montaigne, der Philosoph. Und die Selbstbetrachtungen gehören sicherlich in den Vorläufer dahin. Das sind sozusagen nicht religiöse, wenn man so will, Gebete mit sich selbst. Also so eine Art Meditation. Du hast es ja schon erzählt, im Feldlager geschrieben. Das heißt, in einer Situation und der Pest, wo die Menschen um dich herum starben, im Wesentlichen wie die fliegen. Und das ist eigentlich ein großes Problem der Klassik. Wie drehst du nicht durch, wenn die Gefahr so groß ist? Wenn auch deine Macht so groß ist als Kaiser? Und wie bleibst du bei Verstand? Römer haben ja über viele, viele Jahrhunderte ihr Imperium halten können und brauchten dazu natürlich immer Männer, die das anführen. Und diese Selbstbetrachtungen, auch andere Texte, dienen natürlich dazu, kurz gesagt nicht durchzudrehen, nicht in Größenwahn zu verfallen, die Nerven ruhig zu halten und zu sein Handeln sowohl zu reflektieren, als auch anzuleiten. Und viel besser als Marc Aurel kann man das auch bis heute nicht formulieren. Da finden sich Weisheiten, die heute teuer in anderen Coaching-Seminaren verkauft werden. Ganz, ganz wichtiges Buch. Wenn man die Selbstbetrachtung liest, dann denkt man, den Typen, den hätte ich gern zum Vater. Der kann einem in jeder Situation guten Rat geben. Und jetzt müsste eigentlich ein Trommelwirbel kommen, weil jetzt unsere Hauptperson auftritt. Weil Marc Aurel ist auch aus einem anderen Grund ein ganz außergewöhnlicher Herrscher, weil er nämlich mit seiner Frau Faustina mindestens 14 Kinder bekommt. Traurige Seite, von denen überleben nur ganz wenige, also nur ganz wenige erreichen das Erwachsenenalter. Und er hat einen einzigen überlebenden Sohn. Und das ist Commodus. Der Kaiser, um den es heute gehen soll. Der kommt am 31. August 161 zur Welt, gemeinsam mit einem Zwillingsbruder, der stirbt als Kleinkind. Und damit ist Marc Aurel der erste Kaiser seit rund 70 Jahren, der einen leiblichen Erben vorzuweisen hat. Und das heißt natürlich auch, dieses Erfolgsrezept hinter dem goldenen Zeitalter im zweiten Jahrhundert, diese Adoption, wir suchen uns immer einen fähigen Typen aus, der das Kaisertum übernimmt. Das ist jetzt irgendwie geplatzt. Immer ein großes Thema für Debatten, wird ja auch im Film thematisiert, hatte Marc Aurel vor, vielleicht jemand anderes zum Kaiser zu machen. Als These wäre es besser gewesen, er hätte jemand anderen zum Kaiser gemacht, weil der Kleine schon als brutal auffällig galt. Aber das wird man nicht entscheiden können. Das ist von Historikerin zu Historiker sehr verschieden, wie man das deutet. Aber es lag nahe, Marc Aurel war begeisterter Ehemann und Vater, dass er eben sein Sohn, obwohl das Kaisertum an sich keine Erbwürde war, aber dass er doch alles so hinlenkt, dass sein ältester Sohn ihm nachfolgt. Und diese Frage hat Marc Aurel irgendwie in seinem Sohn schon so finstere Charakterzüge entdeckt. Also meine Lieblingsanekdote ist, als Commodus zwölf Jahre alt war, da wollte er baden. Und er hatte natürlich einen Bademeister, also so eine Art Badesklaven, der das alles für ihn arrangiert hat. Und dann war ihm das Badewasser zu kalt, soll vorkommen. Wir würden dann noch ein bisschen heißes Wasser nachgießen. Aber er hat gesagt, ich würde gern den Bademeister verbrennen lassen. Und der ist nicht gestorben. Angeblich hat man irgendwie ein Ziegenfell verbrannt und hat dem Jungen gesagt, guck mal, da raucht es, das ist der Bademeister, damit er Ruhe gibt. Aber genug davon, jetzt geht es zurück zu Marc Aurel. Marc Aurel hat Commodus zum Nachfolger aufgebaut, hat ihm die besten Lehrer gegeben, hat ihn mit an die Front genommen, als er älter war, hat ihn dann im Jahr 1977 sogar zum Mitkaiser ernannt, also quasi zum Juniorchef. Und vielleicht hat er ihm auch einen Rat gegeben, den er sich selbst in den Selbstbetrachtungen gegeben hat. Nämlich eine Warnung vor den Nebenwirkungen der Macht. Und das lese ich mal kurz vor, weil es mich auch irgendwie gepackt hat. Verkeisere nicht. Heißt, lass dich von dem Amt nicht auffressen. Also vergiss nicht, wer du bist. Bleib bescheiden, bleib anständig, bleib fromm, bleib liebevoll. Also bewahr dir diese ganzen guten Eigenschaften und lass dich von der Macht nicht auffressen. Kurz gesagt, Junge, bleib am Boden. Ja, weil das darf man nicht vergessen, dieses Amt des römischen Kaisers führt dazu, dass die Leute verrückt werden. Auf der einen Seite primus inter pares, du bist nur der Erste untergleichen. Auf der anderen Seite ist es passiert, auch Commodus passiert, dass man zur menschlichen Gottheit ernannt wird und eigentlich alle umbringen lassen kann, wie den Bademeister. Und so in dieser Zwiespalt ist es psychisch wahnsinnig schwer auszuhalten. Macht ist eine gefährliche Substanz, muss man wirklich vorsichtig sein. Also die kann einem die Persönlichkeit zersetzen. So richtig viel Zeit, um diese guten Lehren an seinen Sohn weiterzugeben, hat Maok Aurel aber nicht. Er stirbt schon am 17. März 180, im Alter von 58 Jahren. Vermutlich im Militärlager Windobona, sagt dir wahrscheinlich jetzt nicht, ist aber das heutige Wien, wo es auch eine Mark-Aurel-Straße gibt. Also die gibt es da nicht ohne Grund. Und was ich auch bemerkenswert finde, Mark Aurel, man weiß nicht genau, woran er gelitten hat. Irgendeine Krankheit, vielleicht Krebs. Und als er gemerkt hat, es geht zu Ende, da hat er gesagt, ich höre jetzt auf zu essen und zu trinken. Also er hat sozusagen sein Ende beschleunigt und Commodus hatte damit nichts zu tun. Also anders als in Gladiator behauptet, Commodus hat Mark Aurel nicht umgebracht. Das ist so das Wichtigste, die wichtigste Message, die ich hier in diesem Podcast, in dieser Folge sozusagen verankern möchte. Das ist üble Nachrede. Aber diese sehr starke Vater-Sohn-Dynamik, die ist halt ein bisschen im Zentrum dieser Geschichte, dieser tolle idealisierte Vater, von dem wir dieses wirklich wunderbare Buch haben. und Commodus, der ganz anders regiert. Und wir haben immer dieses Dynastisches, bisschen wie bei den Buddenbrooks. Der Vater gründet das, die Söhne ruinieren es und so. Das sind so Geschichten, die jeder irgendwie anknüpfen kann. Ja, das hat mir auch nochmal den Blick geschärft für diese Geschichten. Und wenn der Vater so eine unglaublich große, so eine Heldengestalt ist, was bleibt da noch, ja, um selbst sozusagen im Leben Erfolg zu haben. Commodus, der übernimmt die Macht, der wird dann relativ schnell dem Herr präsentiert. Und weil er ja schon Juniorchef, das ist eine reine Formalie. Und dann verteilt er noch ein bisschen Geld. Das ist so Usus, damit die irgendwie gut gelaunt sind. Und im selben Jahr schließt er noch Frieden mit den Barbaren. Also er beendet diesen Krieg. Da wird auch manchmal spekuliert, also das sei sozusagen Verrat an Marc Aurels Lebenswerk gewesen. Der hätte vorgehabt, sozusagen diese Länder jenseits der Donau zu erobern und da Provinzen zu errichten. Letztlich war das aber eine kluge Entscheidung. Hat Ressourcen und Geld gespart und gleichzeitig auch Frieden geschaffen. Also diese Grenze war über Jahrzehnte sicher. Und als das erledigt ist, also einige Monate nach dem Tod von Marc Aurel, da darf Commodus endlich nach Hause, ins Zentrum seines Imperiums, nach Rom. Und wir wissen ganz genau, was er am 22. Oktober 180 gemacht hat. Da zelebriert Rom nämlich ein uraltes Ritual. Und der Legende nach hat der Gründer der Stadt Rom, Romulus, nachdem ist Rom ja benannt, dieses Ritual einst eingeführt. Es ist der Triumphzug. Ich weiß nicht, wenn Bayern München zum 63. Mal in Folge die deutsche Fußballmeisterschaft gewonnen hat, dann machen die ja auch immer einen Triumphzug durch München. Aber das ist sehr viel mehr in Rom. Also das ist die feierliche Rückkehr eines Feldherrn in die Stadt mit seinen Soldaten. Und das ist die höchste Ehre, die ein Mann in Rom sozusagen bekommen kann. Und weil das so ein besonderer Event ist, darf das in der Kaiserzeit auch nur noch der Kaiser machen. Und Commodus hat sich natürlich für diesen Anlass herausgeputzt. Er hat einen sehr athletischen Körper, ist ein wirklich kräftiger, athletischer Typ. Und er trägt ganz purpur, die Farbe der Kaiser. Er ist sehr teuer herzustellen, ist nur den Kaisern vorbehalten. Und sein Gesicht ist rot bemalt. Das ist die Farbe Jupiters, also der mächtigsten aller römischen Götter. Und Commodus steht in einem Streitwagen, einer Quadriga, Brandenburger Tor, steht sie auch oben drauf. Vier Pferde. Und der rumpelt jetzt über die Via Sacra, also die heilige Straße, die durch das Forum Romanum führt. Also die Masse ist da. Also da gibt es hölzerne Tribünen, da stehen die Leute drauf. Die sind auf die Dächer geklettert, die wollen das alles sehen, wie jetzt Commodus seinen Triumph feiert. Und das Ziel ist der Kapitolsberg, also wo dann der Jupiter-Tempel, also der wichtigste Tempel der Stadt steht. Kommodus ist natürlich nicht alleine, er hat seine Soldaten mitgebracht, also die Feldzeichen blitzen in der Sonne. Und da sind Trompeter und Träger, die erbeutete Waffen mitschleppen, Gefangene und dann ganz viele weiße Stiere. Mit goldenen Hörnern, also vergoldeten Hörnern und die sind so begrenzt mit Blumen und Gelanden. Und die trotten in Richtung Tod, weil die werden dann am Ende zum Dank für den Sieg den Göttern geopfert. Also für Commodus muss das ein überwältigendes Erlebnis sein. Tausende jubeln ihm zu und das ist ein Rauschgift, das einem schon in den Kopf steigen kann. Und das wissen die Römer, das hat alte Traditionen und deswegen steht hinter Commodus auch ein Sklave, der hält ihm so einen goldenen Kranz über den Kopf, aber der flüstert ihm auch immer wieder denselben Satz ins Ohr. Blicke hinter dich, erinnere dich, dass du ein Mensch bist. Ja, eine wahnsinnig gute Einrichtung, eigentlich ist das klar. Wir kennen diese Triumphzüge auch, also ich kenne die als Kind schon aus den Asterix-Bänden. Finde ich eine hervorragende Einführung, finde ich, apropos Einstiegsdroge in diese alte Welt. Und nicht überschnappen, wenn man in diese Kaiserwürde gerät und es an anderer Stelle so oft gescheitert, dass man da sagt, okay, halt mal den Ball flach, ob das jetzt gelingt oder nicht. Es scheint jetzt so, als sei die ganze Stadt Commodus ergeben. Aber dieser Jubel, der täuscht ein bisschen, weil Commodus hat Kritiker, vor allem in der Elite. Und diese Kritiker, die wird er sich ganz bald zu Todfeinden machen. Und während er sich jetzt noch in seiner neuen Rolle da zurechtfindet, dem Kaiseramt, da gibt es schon Verschwörer, die seine Ermordung planen. Unter anderem seine eigene Schwester. Commodus ist jetzt Kaiser, aber das heißt nicht, dass er allmächtig ist. Wir denken ja, wenn einer Kaiser ist, dann ist er der Boss, dann kann er durchregieren, kann er machen, was er will. Das ist in Rom nicht so und ist ja bei uns auch nicht so, wenn man irgendwie Präsident ist. Weil in Rom, da gibt es ja noch den Senat. Das ist der ältesten Rat, der hat zur Zeit der Römischen Republik Rom regiert. Und die spielen immer noch eine wichtige Rolle. Und die Kaiser können auch nicht ohne die Senatoren, weil die stellen wichtige Posten in der Verwaltung. Die sind Stadthalter in den Provinzen. Und wenn man es ganz genau nimmt, ist der Kaiser auch nur der Erste unter Gleichen. Ich stelle es mir immer so vor wie die Partei. Du hast den Chef der Exekutive und der hat eine Partei hinter sich, mal mehr, mal weniger. Und das sind halt auch die Menschen, die in den Provinzen den Laden schmeißen. Das kannst du ja nicht als Zentralstaat regieren, so ein riesiges Imperium. Hinzu kommt, dass die Senatoren eher ältere Männer sind und unser Kaiser auf jeden Fall ein ganz, ganz junger Mann. Das heißt, wir haben da in dem Augenblick schon große Spannungen. Ja, da gibt es immer Spannungen, aber die werden jetzt besonders stark. Die Senatoren sind auch sehr reich. Also die haben sehr viele Ländereien und sie spielen eine wichtige Rolle in der Armee. So, Kommodus-Vorgänger, die haben das natürlich perfekt gemanagt. Klar, die waren die Kaiser im goldenen Zeitalter. Marc Aurel, der hatte das alles im Griff. Die waren irgendwie sehr geschmeidig. Und bei Kommodus ist das anders. Also der entfremdet sich sehr früh vom Senat. Auf der einen Seite, weil er Leute in verantwortungsvolle Posten hebt, die nicht aus dem Senat kommen. Und das andere ist, ja, das ist auch so eine Art moralischer Grund. Weil die Senatoren, die sehen sich so ein bisschen als die moralische Instanz Roms. Und wenn man das ganz auf den Punkt bringt, sind die Römer ein bisschen spießig in dem Sinne. Da geht es darum, wirklich kein Ehebruch, ja, sozusagen ein gottgefälliges Leben führen und so. Kommodus hält sich anfangs noch ein bisschen zurück. Wahrscheinlich ist die Erinnerung an seinen Vater noch sehr präsent. Aber dann, wenn man den Quellen glaubt, dann lässt das krachen. Also er säuft, er spielt, frisst, liebt. So schildern es zumindest die Quellen, die ihm ja nicht so wirklich wohlgesonnen sind. Er ist da 19 Jahre. Ja, Kommodus hat gesagt, das sind alles Männer von gestern, das sind alles die Ideale von gestern. Jetzt beginnt eine neue Zeit und ja, das ist so ein bisschen wie die Swimming Sixties, sehr wie die 68er-Generation, die sagt, okay, liebe Leute, wir haben jetzt hier eine neue Zeit des Wohlstands und wir haben auch was vor mit unserem Leben und jetzt beginnt einfach ein neues Kapitel. Ja, ich stelle mir das so vor wie einfach ein Jugendlicher, der plötzlich mal sturmfrei hat. Und sozusagen die Villa der Eltern mit Swimmingpool, Alkohol im Kühlschrank. Also alles, wo man eine sehr gute Hausparty feiern kann und er macht es einfach. Kinder haben ja auch den Drang, es anders zu machen als die Eltern. Und wenn die Eltern es perfekt gemacht haben, welcher Weg bleibt ihnen denn dann? Also ein bisschen, dann bleibt sozusagen das Rebellentum. Es gibt ja so einige missratene Söhne aus gutem Hause. In Frankreich hattest du die Söhne von Mitterrand, der eine musste dann ins Gefängnis und so. Die hatten mal versucht, den Job ihres Vaters in Afrika vor allem zu Geld zu machen. Das ist nicht gut gelungen. Oder in Amerika, Hunter Biden, der verstorbene Beau Biden war der gute Sohn. Hunter Biden ist irgendwie eher das Sorgenkind des amerikanischen Präsidenten. Prinz Harry, bei dem Briten, Prinz William, der Thronfolger, klar. Diese Vergleiche hinken alle, aber dieses Prinzip, glaube ich, muss man so im Kopf behalten. Super Vater und Erbe oder Kinder, die denken, okay, wie geht es denn weiter? Aber das erste Mal, dass Kommodus wirklich in Lebensgefahr schwebt, also dass jemand einen Attentat auf ihn plant, das geht von jemandem aus, der dem Kaiser sehr viel näher ist als der Senat. Das kommt aus der eigenen Familie. Und eigentlich fängt das alles damit an, dass sich Kommodus' ältere Schwester Lucilla gekränkt fühlt, weil die Ehefrau von Kommodus, Crispina, für sich als Kaiserin, Gattin, den Ehrenplatz im Theater beansprucht. Crispina habe ich vorher noch gar nicht erwähnt. Das ist eine Frau, die hatte Mark Aurel noch für Kommodus ausgesucht. Und das ist keine Liebesheirat. Und es gibt auch keine Kinder. Das ist dann später wichtig für die Erbfolge. Aber sie besteht natürlich darauf, das ist mein Status, das ist mein Rang, das steht mir zu. Und Lucilla, deutlich älter auch als Kommodus, die sagt, na, finde ich doof. Und das ist sozusagen der Anlass für sie, eine Verschwörung gegen ihren Bruder zu organisieren. Und es wird auch bald ein Attentäter gefunden. Das ist ein Verwandter von Lucillas Mann, also Kommodus' Schwager. Und der gehört auch dem Senat an. Und was diese Verschwörer jetzt brauchen, ist eine günstige Gelegenheit. Und die finden sie auch schnell, weil Kommodus ist ein leidenschaftlicher Kolosseumsbesucher. Und da kann man sicher sein, dass er da irgendwann auftaucht. Man muss sich das so vorstellen wie ein Fußballstadion vor einem großen Fußballspiel. Also der Platz vor dem Kolosseum ist voller Leute. Die Leute strömen zu den Eingängen und suchen ihre Plätze. Und im Innern des Kolosseums, also sozusagen, wenn man gerade reinkommt in den Kolonnaden, da wartet der Attentäter auf Kaiser Kommodus. Und die Passanten, die strömen zu ihren Plätzen, die werden ihn kaum bemerken. Ist auch nicht so ungewöhnlich, wenn da so ein Mann in einer dunklen Ecke lauert. Vielleicht wartet der auf eine Geliebte oder eine Prostituierte. Und dieser Mann, der Attentäter, der ist gut gekleidet. Sein Blick ist ziemlich angespannt. Und vor allem hält er eine Hand in seinem Gewand verborgen. Und er wartet. Und da plötzlich geht so ein Raunen durch die Menge. Der Kaiser kommt. Und den kann man schon von Weitem gut erkennen, weil er ist begleitet von seiner Leibwache. Also Kämpfern mit so roten Helmbüschen. Und die Spannung steigt. Der Attentäter wartet. Und dann kommt Kommodus auf ihn zu. Und in dem Moment, wo Kommodus diese dunkle Ecke, wo sich der Attentäter verbirgt, fast erreicht hat, da springt der junge Mann nach vorne. Er reißt den Dolch aus seinem Gewand. Aber statt zuzustechen, ruft er erst mal, schau, das hier schickt dir der Senat. Und damit ist natürlich das Überraschungsmoment verflogen. Bevor der Attentäter dann wirklich zustechen kann, haben die Leibwächter von Kommodus ihn überwältigt. Auf jeden Fall ist die Verschwörung in diesem Moment gescheitert. Es war sicher das bescheuertste Attentat der Weltgeschichte, vielleicht abgesehen von dem legendären gescheiterten Attentat auf Charles de Gaulle. Das ist legendär, auch sehr dilettantisch. Könnte man auch mal später eine Folge drüber machen. Also Kommodus, wenn man den Quellen glaubt, auf ihn hat er sehr großen Eindruck gemacht. Also diese Botschaft, die ihm da zugerufen wurde, praktisch dieses Bekennerschreiben, das ihm da zuerst ausgehändigt wurde, das ist der Senat, der dir diesen Dolch schickt, das hat er nicht vergessen. Und er hat natürlich schreckliche Vergeltung geübt. Also dieser Attentäter wurde umgebracht. Lucilla wurde nach Capri verbannt, da hat man sie später auch hingerichtet. Aber es geht auch ganz vielen Senatoren an den Kragen. Also das kennt man ja aus der römischen Geschichte, dass es immer sozusagen so Wellen gab, wo politische Gegner auf eine Liste geschrieben wurden und dann umgebracht wurden. Und da geht es auch um Geld und um Besitz. Also das ist praktisch so eine Art Win-Win-Situation für Kommodus. Der sichert sich nämlich unter anderem eine Villa vor der Stadt, an der Via Appia, wollte ich immer noch mal hin, gibt es noch ganz beeindruckende Ruinen. Und die holt er sich auch sozusagen im Rahmen dieser Vergeltungskampagne. Stellt sich die Frage, wie regiert er jetzt? Also er hat relativ viele Senatoren hinrichten lassen. Er hat sicherlich auch alte Gefährten seines Vaters vergrault. Oder auch umgebracht. Wie kann er das Reich jetzt regieren? Es ist so eine Kippfigur. Auf der einen Seite Senat, das klingt immer nur so nach weisen Männer. Und eher so der Junge, der nur an sich denkt und einen draufmachen will. Und so weiter. Es kann natürlich auch sein, wenn man sich den Senat eher vorstellt, wie so eine Berlusconi-Truppe. Also doch sehr stark am eigenen Geld interessiert. So ein bisschen mafiös untereinander verbandelt. Und er sagt, okay, wir müssen jetzt hier mal was ganz Neues machen. Es muss jetzt mal nach vorne gehen und so mit neuen Strukturen. Dann wird er natürlich seine zukünftigen Mitarbeiter nicht im Senat suchen, sondern ganz woanders. Stimmt. Aber der erste Punkt ist, er zieht sich vom Regieren zurück. Also er überträgt das dann eben an Leute, die nicht dem Senat angehören, auf zwei Günstlinge. Die Günstlinge, das ist Tigidius Pirenis und Marcus Aurelius Kleander. Das sind ehemalige Sklaven, die sich am Hof hochgearbeitet haben. Die sind sehr fähig, aber auch sehr korrupt. Was jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Die verkaufen Ämter und so. Wir dürfen ja jetzt nicht mit unseren modernen Vorstellungen von Korruption drauf gucken. Aber das provoziert den Senat umso mehr, weil das eben Emporkömmlinge sind. Nicht so alter Adel. Auf der anderen Seite machen sie einen guten Job. Also das Reich wird wohl sehr gut verwaltet. Und die Tatsache, dass Kommodus jetzt auf diese Leute setzt, das gibt ihm Zeit, mehr Freizeit. Und die nutzt er für seine großen Hobbys, nämlich Pferderennen und Gladiatorenkämpfe. Nils, warum haben die Römer so gerne Gladiatorenkämpfe angeguckt? Das ist ja eigentlich Zuschauen beim Töten. Ja, ich war mal bei einem Stierkampf, wo auch ein Stier zu Tode kam. Und das ist in der Tat, das schüttet unheimlich stark Adrenalin aus. Also dieses Moment, auch diese extreme Gewalt, allerdings auch als Zuschauer lässt sich das nicht kalt. Ich glaube, du nimmst daran nochmal anders teil, als wenn es nur um Punkte geht. Und ich nehme an, das ist nochmal stärker, wenn zwei Männer gegeneinander kämpfen, von denen der eine diesen Kampf nicht überleben wird. Das sind ganz intensive Momente, für uns heute grausam und barbarisch zum Glück. Aber in der damaligen Zeit gehörte das unbedingt dazu, die ja sehr, sehr brutal war. Männer waren Soldaten, waren Jäger, der Tod war allgegenwärtig. Das heißt, das sind Erlebnisse, die man nicht vergessen wird und wo man auch so seine Gegenwart ausdeuten wird, wie bei einem ganz, ganz wichtigen Fußballspiel heute oder den Olympischen Spielen und wahrscheinlich nochmal potenzierter in der Empfindung, die man dabei haben kann. Für uns ist das natürlich irgendwie total erschreckend. Aber die Römer, für die ist das mehr als eine Unterhaltung. Das ist wirklich Teil ihrer Identität. Also Römer zu sein, bedeutet auch Gladiatorenkämpfe anzuschauen. Was auch noch dazu kommt, ist, dieses Amphitheater ist ein Fokus, ein gesellschaftlicher Fokus. Da treffen alle Römer aufeinander, also alle sozialen Schichten. Also die kaiserliche Familie, Senatoren, Männer aus dem Ritterstand, einfache Bürger, freigelassene Frauen, sogar Sklaven. Und deswegen ist diese Arena ja auch so eine politische Bühne. Es war auf jeden Fall, ich meine, stellen wir uns Rom vor, Kolosseum voll besetzt, ja. Kaiser anwesend, große Spiele, berühmte Gladiatoren, viele waren ja auch sehr, sehr bekannt. Es gab zu diesem Zeitpunkt dann in diesem Moment keinen wichtigeren Ort im bekannten Universum. Ja, da musste man einfach dabei sein. Commodus ist ein großer Fan der Gladiatorenkämpfe. Und auch schon seine Vorgänger-Kaiser haben solche Spektakel benutzt, um das Volk ruhig zu stellen. Stichwort Brot und Spiele. Spiele haben wir schon drüber gesprochen. Aber zum Brot komme ich jetzt. Das wird nämlich zu einem ganz großen Problem für Commodus. Weil normalerweise wird Rom mit Getreide versorgt, aus Ägypten oder Nordafrika. Und plötzlich herrscht Mangel. Man muss dazu sagen, dass die Kaiser ja auch Getreide umsonst an die Bevölkerung, die arme Bevölkerung austeilen. Das ist sozusagen eine Maßnahme, um sich sozusagen deren Wohlwollen zu sichern. Und jetzt gibt es Mangel. Und da ist irgendjemand, wenn man den Quellen glaubt, die sagen, wir treiben die Preise hoch. Und einer, auf den der Verdacht fällt, das ist Commodus Verwalter Kleander. Der ist auf Pirenis gefolgt. Sein Vorgänger Pirenis ist umgebracht worden, als Commodus vermutet hat, dass er vielleicht selbst nach der Kaiserwürde strebt. Und dieser Kleander hat möglicherweise künstlich die Getreidelieferung verknappt. Vielleicht ist es Korruption. Vielleicht ist es so eine Form von Insider-Trading. Wer weiß das schon. Aber eins ist sicher. Also Hunger führt zu Wut in der Bevölkerung. Und die entlädt sich dann in blutigen Straßenkämpfen. Und die marschieren dann raus aus der Stadt, via Appia runter, paar Kilometer. Commodus, der hat ja von einem exekutierten Senator sich so eine Prachtvilla gesichert. Da ist er. Und plötzlich stehen die bei ihm vor der Tür. Und er hat da von dem Ganzen noch gar nichts mitbekommen. Und er kriegt natürlich einen fürchterlichen Schreck. Und es heißt in einer antiken Quelle dazu, Commodus, ohnehin sehr feige, geriet in solche Furcht, dass er plötzlich befahl Kleander und dessen Söhnchen, das er unter seinen eigenen Augen erziehen ließ, umzubringen. Das Kind wurde mit solcher Gewalt auf den Boden geschmettert, dass es tot war. Kleanders Leichnam aber schleppte das Volk umher, verstümmelte ihn und trug seinen Kopf auf einer Stange durch alle Straßen der Stadt. Sieht man natürlich auch, dass es praktisch ist, so einen Kleander zu haben. Dann kann man wieder sagen, ja, der Kaiser wusste von nichts. Du hast dann immer einen, den du opfern kannst. Von daher war es kein schlechter Schachzug von Commodus, sich Kleander und Perennis auszusuchen. Aber diese Revolte hat trotzdem Folgen. Commodus ist zutiefst schockiert. Und vermutlich beschließt er in dieser Zeit, dass er sich jetzt nicht mehr hinter korrupten Günstlingen verstecken kann. Ab sofort will er selbst regieren und die kaiserliche Herrschaft radikal neu interpretieren. Und dieser neue Kurs, der führt den Kaiser direkt in den Größenwahn. Wir erinnern uns kurz, Commodus sitzt jetzt schon fast zehn Jahre auf dem Kaiserthron. Also der ist jetzt kein 18-Jähriger mehr, sondern so ein N20er und auch ein gut gewachsener N20er. Ich stelle mir den jungen Matthew McConaughey vor. Also so ein bisschen dunkelblonde Locken gut trainiert. Und vermutlich nutzt Commodus sein zehnjähriges Amtsjubiläum dazu, um ein neues goldenes Zeitalter auszurufen. Das kommt uns sehr bekannt vor. Also die Ära davor war schon sehr golden. Aber das ist special, dieses goldene Zeitalter, weil das ist nämlich das goldene Zeitalter des Commodus, also das komodianische Zeitalter. So nennt er das. Das ist eine ganz schön selbstbewusste Ansage. Das ist immer so ein Trick gewesen in alter Zeit, auch tatsächlich die Monate, die Jahreszeiten und die Epochen nochmal neu umzubenennen mit frischem Wind. Aber es wird natürlich mit dem gesamten ungünstigen Urteil über seine Amtszeit, wird auch das sehr kritisch gesehen werden. Wir wollen es nicht spoilern, aber es ist nicht als goldenes Zeitalter in Erinnerung geblieben. Was er vor allem macht, erst mal verbreitet er ein neues Bild von sich selbst. Und das ist ja eine interessante Sache im Kaiserreich. Also die meisten Untertanen, die treffen den Kaiser nie, aber alle wissen, wie er aussieht oder wie er gesehen werden will. Das liegt daran, dass der Kaiser auf Münzen dargestellt ist, dass es auch in entlegenen Städten Statuen gibt. Das ist den Kaisern sehr wichtig. Und das ist das Mittel, das dann auch Commodus nutzt. Ich habe dir ja ganz am Anfang der Folge von Commodus' Vater Marc Aurel erzählt, beziehungsweise von seiner Statue, die in Rom steht und die ich mir bei meinem letzten Besuch dort angeschaut habe. Und diese Statue ist nur eine Kopie. Das Original steht in einem Museum ganz in der Nähe. Und im selben Raum gibt es auch eine ganz besondere Büste, eine Darstellung von Commodus. Also Vater und Sohn teilen sich da praktisch das gleiche Zimmer. Und diese Büste könnte ich mir stundenlang anschauen. Und wenn ich nicht in Begleitung gewesen wäre, hätte ich das auch getan, weil die hat mich wirklich in ihren Bann gezogen. Allein die Tatsache, dass man ein so extrem filigranes Kunstwerk aus Marmor meißeln kann, das ist schon faszinierend genug. Und aber auch der Kontrast zu Marc Aurel, weil in dieser Büste sieht Commodus seinem Vater sehr ähnlich. Das sind dieselben Locken, es ist derselbe Bart, das ist auch so der philosophische Blick, der schwingt da auch noch mit. Aber die Pose ist halt komplett anders. Also er ist eine Büste, also sozusagen nur bis zum Bauch. Er ist oben ohne, sehr gut trainiert. Und in der rechten Hand trägt er eine Keule, in der linken Hand drei Äpfel und auf dem Kopf trägt er ein Löwenfell. So wie die Kapuze eines Hoodies. Es fühlt sich aus, als würde der Löwe praktisch gerade seinen Kopf essen. Faszinierend und für die Römer sehr leicht verständlich. Also die Botschaft ist, Commodus, der Kaiser, ist die Wiedergeburt des legendären Helden Herkules. Das ist die neue Marke. Ja, Herkules ist der antike Halbgott, den wir kennen, weil er diese schwierigen Aufgaben zu bewältigen hatte. Er ist Halbmensch, Halbgott, aber Herkules ist eben eine, ist fast die populärste Gestalt der gesamten antiken Mythenwelt. Er ist jemand, der hat diese Doppelgestalt, wo Menschen sich in ihm erkennen können, als Mensch, der eine Aufgabe zu bewältigen hat, der arbeiten muss. Der Leiter in Gefahr ist, unzugleich als Gott, der das Unmögliche schafft. Wahnsinnig populäre Figur. Eigentlich der erste Superheld der Geschichte. Ja. Also es ist jetzt nicht ungewöhnlich, dass Kaiser natürlich so mit Göttern sich auch teilweise mit göttlichen Attributen darstellen lassen und sich mit Göttern assoziiert werden. Aber Commodus, der treibt es auf die Spitze. Er glaubt wirklich Herkules zu sein. Und ich finde, das ist sozusagen der Punkt, wo auch Commodus den Abzweig Richtung, ja, zum sogenannten Cäsarenwahnsinn nimmt. Also Cäsarenwahnsinn ist das Berufsrisiko. So wie die Staublunge bei Bergleuten früher, eine, ja, eine Deformation professionell. Genau, du hast diese Spannung, Primus in der Paris und Regierungschef zu sein, auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit einem Bein, im Götterhimmel zu stehen. Und das hält eigentlich kaum jemand aus. Also um dich herum sind nur Leute, die sofort, sofort exekutieren, was du sagst. Du kannst eigentlich umbringen lassen, wen auch immer du willst. Zugleich unterliegst du irgendwie der Kritik des Volkes von Rom und des Senats, die genau gucken, was du machst. Und niemand sagt dir mehr so richtig die Wahrheit. Denk auch an unser modernes Vorbild, Vladimir Putin, ja, der auch zeigen wollte, so nach dieser Jelzin-Zeit und nach der Zeit der alten Männer, die das Land regiert haben, zeige ich, was wahre Dynamik ist, was Manneskraft ist. Und man ließ sich auch mit nacktem Oberkörper auf so einem Pferd ablichten, bei der Tigerjagd, beim Tauchen. Das heißt, er ist jemand, der alle solche Aufgaben mühelos bewältigen kann, um den Leuten zu sagen, wir haben eine tolle neue Epoche vor uns und ich bin hier der starke Mann. Es gibt noch ein weiteres Detail, das Commodus ganz besonders zu Herkules hinzieht, weil Herkules ist so der Lieblingsgott, der Gladiatoren. Und Commodus ist ja ein absoluter Gladiatoren-Fan. Und da kommen irgendwie die Sachen zusammen. Es reicht natürlich nicht aus, sich nur als Herkules zu verkleiden. Commodus muss den Römern schon auch zeigen, dass er genauso stark und mächtig ist, wie dieser legendäre Held. Und das geht natürlich nur in der Arena selbst, im Kolosseum. Und das macht er dann auch. An einem Tag, als das Kolosseum voll besetzt ist. Und das ist ja ein Stadion, wie jedes andere auch. Nicht ganz, aber man muss sich das so vorstellen, 50.000 Leute passen da, glaube ich, ungefähr rein. Also man hat dieses Hintergrundrauschen einer aufgeregten, erwartungsfrohen Menschenmasse. Und alle sind da, die vornehmsten Senatoren in der ersten Reihe, in ihren weißen, purpurgesäumten Gewändern. Und dann ganz oben, auf dem höchsten Rang, Frauen und die Sklaven. Und sie alle sind da, um das kommende Spektakel sich anzuschauen. Nur die Loge vom Kaiser ist leer. Da steht zwar sein goldener Stuhl, aber darauf liegt nur ein Löwenfell und eine Keule. Weil nämlich an diesem Tag ist Commodus kein bloßer Zuschauer. An diesem Tag ist er der Mittelpunkt des Spektakels. Und der Mittelpunkt des Kolosseums ist natürlich die Arena selbst. Und die ist an diesem Tag mit so hölzernen Gitterzäunen in mehrere Bereiche eingeteilt worden. Und da drin befinden sich Tiere, von denen die Römer so manche wahrscheinlich noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Da sind Nilpferde dabei, Elefanten, Strauße, Löwen, Panther, Gazellen, Bären. Also eigentlich alles, was man heute in einem gut sortierten Zoo findet. Und außerhalb dieses Gitters, da ist Commodus und der macht Jagd auf diese Tiere. Also der wirft Speere auf sie. Und der trifft auch ziemlich häufig. Angeblich tötet er an diesem Tag hundert Löwen. Und ab und zu macht er dann mal eine Pause. Dann kriegt er so einen keulenförmigen Becher gereicht. Und dann trinkt er einen Schluck kühlen Wein. Und dann ruft die Masse, wohl bekommst du dir, Kaiser. Und dann geht es weiter. Und einmal greift er dann zu Pfeil und Bogen. Und er schießt einem laufenden Strauß, Vogel Strauß, den Kopf weg, sodass der Körper noch ein bisschen weiterläuft. Und dann geht er hinüber, nimmt diesen abgetrennten Kopf, das Blut tropft in die Arena und dann geht er rüber zu den Senatoren in der ersten Reihe und zeigt ihnen einfach nur diesen blutigen Kopf. Dabei grinst er. So fast so, als wollte er ihnen sagen, Vorsicht, euch könnt es genauso ergehen. Und ein Senator berichtet später, dass er fast losgelacht hätte, was natürlich sein Todesurteil bedeutet hätte. Und dass er und seine Kollegen sich dann nur rausgerettet haben, weil sie die Lorbeerblätter aus ihren Lorbeerkränzen gezupft haben und sich die in den Mund gesteckt haben und darauf rumgekaut haben, damit sie nicht lachen und dann natürlich Kommodus bloßstellen. Und diese Szene ist tatsächlich ziemlich gut belegt. Ein lebensrettendes Kaugummi, ne? Ja, so ein bisschen. Was macht man? Also sie haben natürlich Angst, aber es ist auch irgendwie unfreiwillig komisch. Ja, und das ist halt so eine Art politisches Theater, das er da aufführt. Das ist da Herr über Leben und Tod. Er beschützt das Volk gegen Chaos und Barbarei. Er zeigt sich irgendwie als starker Typ. Genau, ist nicht mehr der Philosophenkaiser wie sein Vater, sondern tatsächlich, ich bin einer von euch. Also einer, heute würde man sagen, er tritt in einer großen Show auf oder ist einer der Rapper. Ja, diese Gladiatoren haben hier so eine zwischen brutale, schwere Jungs und aber auch total beliebt und angehimmelt. Und so ein bisschen Kenny West oder andere. Und in diese Gesellschaft begibt er sich, nach dem Motto, ich beschütze euch, aber ich weiß auch, was euch wirklich gefällt und ich bin so ganz Römer, Römer. Also es ist schon eine große Show, die er da liefert, aber das ist ja eigentlich nicht das Entscheidende. Entscheidende ist, ob er auch für Wohlstand sorgt, ob er die Römer wirklich beschützt, nicht vor irgendwelchen Tieren, die da eingesperrt sind. Und das gelingt ihm nicht so richtig, weil irgendwann in den Jahren 191, 192 nach Christus, da brennt Rom ab und das ist natürlich eine der Katastrophen, die immer wieder passieren in so einer Stadt. Aber das ruiniert viele Bürger, viele Bürger kommen um. Wie reagiert Commodus darauf? Er verzagt nicht, sondern er legt noch eine Schippe drauf und er vollendet seine Selbstinszenierung. Und ich finde auch, da zeigt sich, dass er wirklich nicht mehr ganz bei Trost ist, weil er gründet Rom neu und dann benennt er sie nach sich selbst. Also die Stadt heißt jetzt Colonia Antoniniana Komodiana. Und dabei bleibt es auch nicht. Er gibt auch dem Senat, der Flotte, den Legionen, einem Monat, ja sogar den Römern selbst, gibt er einen neuen Namen. Du ahnst es schon. Seinen eigenen. Und wenn man das jetzt auf Deutschland übertragen würde, hieße das, also am 9. Scholz-Monat hält Olaf Scholz, Kanzler des Scholz-Volkes, im Scholzhausener Scholz-Rat eine Rede über den Zustand der Scholz-Währ. Also, ja. Da würde man sagen, vielleicht Zeit für eine Neuwahl. Und als wäre das alles nicht schon schockierend genug, da plant Commodus eine noch krassere Aktion und die wird ihn alles kosten. Also am 1. Januar 193. Da sollen, so wie jedes Jahr, die zwei neuen Konsulen, also die höchsten Staatsbeamten in Rom, ihr Amt antreten. Aber Commodus hat was anderes im Kopf. Er will diese Männer umbringen und dann will er selber Konsul sein und er will dieses Amt in der Gladiatorenrüstung antreten. Und zwar nicht auf dem Forum Romanum oder in der Senatskammer, sondern in der Gladiatorenkaserne. Also das ist wirklich so, als würde ich meine Hochzeit in einem Stripclub feiern. Also das ist nicht der richtige Ort. Und bevor er das tut, also Ende Dezember 192, erzählt er das drei wichtigen Leuten in seinem engsten Umfeld. Das sind seine geliebte Marcia, das ist sein Kämmerer Eclektus und das ist der Chef seiner Leibgarde Letus. Und die sagen, tu das nicht. Das ist eine sehr, sehr schlechte Idee und die flehen ihn an. Aber er will davon nichts wissen. Und dann bekommen sie mit, dass Kommodus danach sagt, na gut, dann können wir die drei bei der Gelegenheit auch beseitigen. Und das setzt Geschehnisse in Gang, die in Rom nicht so ungewöhnlich sind, nämlich eine Palastrevolte. Na klar, du hast ja keine Möglichkeit, parlamentarisch oder auch sogar in Rom militärisch gegen den Kaiser vorzugehen. Also das wurde auch der Marsch auf Rom. Es wurde immer wieder mal versucht, es war wahnsinnig schwierig, geht oft schief. Dann, wer soll sich erheben in so einer Stadt? Natürlich nur die, die direkten Zugang haben zum Kaiser. Das heißt, die Palastrevolte gehörte zu den großen Berufsrisiken des römischen Imperators. Genau das, wovor Marc Aurel in seinen Selbstbetrachtungen warnt. Er sagt, mach nicht solche Neuerungen, geh Schritt für Schritt vor, respektiere die alten Traditionen und die Stadt umzubenennen, den Kalender umzubenennen, diese Sachen. Das ist genau die Dynamik, vor der Marc Aurel gewarnt hätte und es geht auch nicht gut aus. Es geht nicht gut aus. Aber wie bringt man so einen starken Kaiser um und erst versuchen sie es mit Gift, das erbricht er und dann holen sie einen Athleten und der erwirkt Commodus im Bad. Narzissus heißt dieser Mann. Ja, und Commodus stirbt also mit 31 Jahren noch jünger als sein berühmter Vater, sehr viel jünger sogar und nicht vor aller Augen im Sand der Arena, wie das im Film Gladiator gezeigt wird, sondern versteckt in seinem Palast und die Verschwörer, die wickeln danach seine Leiche in eine billige Decke und lassen sie von zwei loyalen Sklaven, Zitat, wie ein überflüssiges Möbelstück aus der Wohnung tragen. Live fast, die young, sollte man später zu solchen Lebensläufen sagen. Commodus ist sicher nie ein Kompromiss eingegangen, hat im Grunde alle Ratschläge seines Vaters in den Wind geschlagen, aber auch für ihn gilt die Weisheit von Marc Aurel, dass die, die Jungsterben genauso viel verlieren wie die, die Altsterben. Insofern schließt sich hier gewissermaßen auch ein Kreis zwischen Vater und Sohn. Und jetzt ist natürlich die Stunde des Senats gekommen, also der Senat verhängt daraufhin, ja, die sogenannte Damnatio Memoriae über Commodus, also die Verdammung seines Andenkens. Also man versucht, alle Spuren zu tilgen, alle Inschriften werden ausgekratzt, die Statuen, wenn man sie irgendwie findet, werden zerstört. Also der Name wird ausradiert. Also das ist die Rache des Senats. Ja, das ist die Strafe der antiken Welt, wo sehr unheimlich wichtig war, auch schon wieder bei Marc Aurel, was wird man in Erinnerung behalten von dir, was ist deine Stellung in der Nachwelt und da ist die Damnatio Memoriae ist die schlimmste möglichste Strafe. Das heißt, dein Name wird überall rausgemeißelt und du wirst sozusagen aus der Geschichte getilgt. Ja, es ist so das, ja, das Peinlichste, was einem da passieren kann. Man wird, es sei so, als hätte es einen nie gegeben. Es gibt noch mal einen Bürgerkrieg danach, also dieses goldene Zeitalter, diese Zeit der Stabilität ist vorbei. Da setzt sich jemand durch, so ein hoher Militär, Septimius Severus und das ist so der Beginn, ein bisschen so ein Vorgeschmack für die Zukunft. Im dritten Jahrhundert, da werden dann die sogenannten Soldatenkaiser regieren, also die sich vor allem auf die Armee stützen und man kann schon sagen, also dass in diesem Sinne die Herrschaft von Kommodus ein Einschnitt ist. Also es ist wirklich, ein goldenes Zeitalter ist vorbei und es ist ein Zeitalter, ein härteres, ein raueres Zeitalter angebrochen. Genau, also Rom hat sich auch immer als was Besonderes gesehen in der Nachfolge des klassischen Athens, also eine Weltmacht, sozusagen mit einem ethischen und philosophischen Fundament eine ganz besondere Weltmacht mit einem gewissen Ethos und Marc Aurel war die perfekte Verkörperung des Philosophen auf dem Thron und Kommodus hat eine ganz andere Dynamik in Gang gesetzt, er wollte das wahrscheinlich reformieren, dynamisieren, er wollte Frieden und hat aber den Weg geöffnet, ja zur, ich würde sagen, ganz normalen Wald- und Wiesendiktatur, die sich auf die Armee stützt und insofern ist da diese besondere Epoche Roms auf jeden Fall beendet. Und eine Sache müssen wir noch klären, also warum sprechen wir überhaupt über ihn, wenn er doch völlig ausgelöscht worden ist? Jetzt kommt zum Schluss nämlich ein überraschender Twist, weil Kommodus bleibt gar nicht auf ewig verdammt, sondern nur drei Jahre vergehen und da wird er rehabilitiert und zwar durch Septimius Severus, dieser neue Militärkaiser, der erhebt ihn sogar zum Gott und erklärt sich selbst zum Bruder des göttlichen Kommodus. Das ist ein machtpolitischer Trick, weil er möchte sozusagen in diese Ahnenreihe des Mark Aurels sich einreihen und dadurch irgendwie mehr scheinen, als er ist. Und eines kann man schon sagen, also wenn Kommodus bei allen Römern verhasst gewesen wäre, dann hätte Septimius Severus diesen Schritt nicht gewagt. Wir haben ja eingangs die Frage gestellt, wie konnte das passieren? Also wie konnte es passieren, dass ein Sohn aus so gutem Hause, der so gut vorbereitet worden ist, der einen so klugen, weisen Vater hatte, wie konnte das passieren, dass der so entgleist? Was wäre es deine Antwort? Ich glaube, er hat schon richtig analysiert, dass diese alte Machtbasis, dass das so nicht mehr funktioniert dass man mit dem Senat vielleicht dazu keine Übereinkunft kommt, wenn man seine Ambitionen hat. Und er hat sich ein bisschen, wie moderne Politiker auch, auf die Medien gestürzt, auf das Image, auf das Massenmedium, Gladiatorenkampf und hat gedacht, das wird meine Basis. Und da werde ich so beliebt sein, dass sozusagen meine Clique nicht traut, mich dann irgendwann umzubringen. Es hat eben nicht ganz geklappt, aus verschiedenen Gründen, für die er vielleicht nicht unbedingt was konnte. Wir wissen nicht genau, warum die Versorgung hier und da schlecht wurde, für das große Feuer, was doch ein sehr starkes Symbol war, für die damalige Bevölkerung, für eine schlechte Regierung. Dafür konnte er wahrscheinlich auch nichts. Das heißt, er hat wahrscheinlich zu viel versprochen. Das würde ich sagen. Und das passiert oft, wenn man sich ganz auf diese Medien stürzt und so ein Image hat, als einer, der alles kann, als Herkules, der alles löst. Irgendwann setzt einfach eine Enttäuschung ein und in dieser alten Welt hat man solche Enttäuschungen dann nicht lange überlebt. Ich finde das interessant, diesen Gedanken, dass es da sozusagen Dinge sind, für die er nichts konnte oder die außerhalb seiner Macht sind. Weil wir sind ja sehr gewohnt darin, also gerade, wenn man sich die römischen Kaiser anguckt, es ist ein schlechter Kaiser, es ist ein guter Kaiser, ein schlechter Kaiser, guter Kaiser, guter Kaiser, schlechter Kaiser. Also vielleicht macht ja auch diese Einordnung gar nicht so viel Sinn. Das ist ja immer in der Geschichte sozusagen die Frage, was kann die Person wirklich machen? Und gerade diese Familien, diese Dynastien, das Ausleuchten von individuellen, Charaktereigenschaften, wie man sie eben aus eigener Anschauung auch kennt, da kann irgendwie jeder andocken. Aber manchmal brauchen wir das, glaube ich, eher für uns selbst, um zu sagen, okay, es gibt solche Zeiten, das ist ein gutes Verhalten, das ist ein schlechtes Verhalten, so eine Art Introspektion anhand von solchen. Deswegen wird ja auch so viel The Crown geguckt, deswegen schauen die Leute gerne, Königshäuser, dass man sagt, okay, ob das tatsächlich wirklich so war, ob die Kaiser so viel für den Alltag der Menschen im alten Rom machen konnten, ist eine völlig, völlig andere Frage. Und da sind ja auch andere Historiker jetzt mittlerweile ganz anders drauf. Ganz wichtig für uns ist, natürlich mit Commodus und mit Septimius Severus ist mit dem Kaiserreich noch lange nicht Schluss. Das geht noch, oh, ich weiß gar nicht, allein im Westen 270 Jahre oder so weiter. Da sind noch ganz viele Folgen für uns drin und auch Filme, weil im Herbst 2024 kommt Gladiator 2 raus. Und da steht wieder ein fieser Kaiser im Mittelpunkt. Das ist Caracalla, der Sohn von unserem Militärkaiser Septimius Severus. Und da machen wir dann auch wieder eine Folge dazu. Ich würde vorschlagen, live aus dem Kolosseum. Bist du dabei? Live aus dem Kolosseum. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ave Cesar. Das war, was bisher geschah. Neue Folgen erscheinen immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Korf,